und herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf dem goma hd server und mit einem verrückten aus den urlaub zurück mit dem zange wird und den dumm brah ja hi hallo so die dias habe ich mir gesnackt alter ich klaue dir deine truhe ja alter such dir mal was anderes du opfer gehen wir nach oben und hol mir da die truhe ja ich mache schon mal die für uns die erschwerter können wir glaube ich gebrauchen ach so ich habe schon eins ich habe ja das attentäter kit habe ich sogar ein verzaubertes so sagen wir du brauchst bestimmt auch noch eins warum brennt hier alles schon wird er ist wahrscheinlich nicht lavo entfallen oh dombra wird erkannt uni alle dombra target uns hier dombra warte mal nimm mal die hose oh dankeschön bauen wir uns ein bisschen gleich zu die gegenden ja würde ich sagen wir haben aber alle tank hier außer die da drüben ja aber ich glaube die haben gar keine rüstung so der hat eine goldrüstung können wir uns den holen ja ja ich sehe hier kein überblick mehr wer wer ist ich auch nicht aber glaubst du einfach nur noch so kostet ihr weg denn ich habe nur ein herz ja sauber also hier alle weg so dombra braucht auf jeden fall schuhe schärfe schärfe ich habe schon welche ich habe sogar die mit federfall also hier da einmal da noch eine eisenbrust ich heil mich mal direkt ne ich habe zwei herzen ja kann dir sonst kann dir sonst auch noch ein hier kommen wir da ich habe noch mehr da kannst noch ein nehmen so danke so gucken ob hier jemand im baum war jetzt fühle ich mich wieder richtig gut für mit den neuen herzen ein schönes gefühl ich glaube ich auch gleich in die mitte oh hier war keiner das ist gut so alles was ich nicht brauche kommt jetzt in diese scheißschrottkiste das alles keiner braucht ja vertaubern würde nicht schlecht dann nehme ich das schwert lieber doch nochmal mit in der mitte sind momentan noch keine mehr ich wollte gerade drunter springen um wer das ist ich brauche die blicke da kommt schon einer wollen wir noch ganz kurz warten ja ja wir warten der kommt nämlich komplett alleine kommt in die mitte da ist momentan keiner und gar keiner ja dann lass uns mal dahin ich bin schon am looten ja am looten der gaffer lässt nichts für uns übrig weißt du nö 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 dann holen wir uns die kisten unten ne unten war schon jemand soweit ich weiß ne unten war noch keiner da sind noch goldapfel tnt alles was das herz begehrt tnt ist schon was schönes so zaubertür steht hier unten aber nicht ne doch doch in der mitte sauber den kann ich nämlich mal verzaubern rückstoß sauber braucht ja noch 10 erfahrungsfläche ich hab auch 10 ich hebe ab oh er und seine dmd bombe oh komm mit oh nein nein alter Dombra ah nicht dein ernst so gucken erstmal was er nicht braucht Dombra 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 hat mich getötet wieso bist du mit den Sinti gegangen das war viel zu unsicher hast du den überhaupt geblockt ne ach man aber ich bin ordentlich in die luft geschossen ne mich hat's zurückgepackt und der krater der hier entstanden ist es auch enorm ja so ich hab zumindest oh es lebt neben euch lebt nur noch ein anderer das könnte was wären könnte aber auch nur könnte könnte der Timo von dem kommt man sicher ja da unten liegen ganz viele drinnen muss dir nur einen aussuchen ne nehm ich mir jetzt nicht warte mal ich würd gerne wieder zurück gehen da ist dein Amboss ich möchte gerne ach wer braucht den scheiß rotz hier bam bam wenn du in die wenn du in die wenn du in die Richtung geht dann ist der direkter geht noch ich ja ich seh ich da eh Flo in der Pelle ne hab ich nicht der baut sich der baut sich aber gerade hoch ist das schön hallo oh und tschüss der ist ja richtig weit geflogen ja ja ich hab erinnert der ganze halter man du wolltest noch verzaubern ich wollte noch verzaubern ihr lust man 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 klotte runde ja ich würde sagen wir hängen der folge an bis gleich tschö und da sind wir auch wieder vollkommen zurück ich muss nochmal schnell das Tank auswählen zur sicherheit ich vertraue dem selber nicht immer was das betrifft so genau alter ach ich wollte grad sagen geh mal wieder oben auf den Balkon oder die Truhe ja ich hab ich hab 8 Eisen zur Not so und ich hab ein bisschen Rüstung für Domple oh dankeschön dem schänzt du noch Rüstung nach dem TNT fadden das würd ich mir überlegen so so oh ich hab sie ja ich hab die erst gerade gefunden einen Helm brauch ich noch einen Helm brauchst du noch oder doch mal ne der verdammt hab ich noch einen Helm ja da hab ich einen so ein billig Helm hier warte mir ist immer gegen den Kopf oh dankeschön so so ach ich hab schon wieder so viel TNT die mir wieder Blödsinn anstellen so dann brauchst du von euch Blöcke ich hab 22 nur müssen wir uns erstmal was abbauen vielleicht irgendwie Holz oder Däune hier zeigen wir da bitteschön oh okay ich hab schon eins noch ja ja deswegen hab ich aber nur zwei gemacht du grüßt nichts mehr von mir nene grüßt das nicht dass du jetzt hier plötzlich drei Dias Schwerter machst und dann zwei Dias einfach so in die Hand selbst so die Schwerter können alle weg ich hab noch neun Eisen sie können natürlich so ein Holz Ding so ein Holzeisen wollte ich grad sagen ja ich hab schon wieder ein Deutsch drauf könnten uns gleich mal irgendwo rüber bauen könnten müssten aber nicht am besten warten wir einfach hier die ganze Folge wir stoppen ja noch zum Schluss ab ich hab grad schon gesehen unsere Nachbarn haben auch nicht wirklich gute Sachen so ich baue jetzt hier nen Baum ab ich hab ihn ja jetzt das dass wir Blöcke haben lass uns am besten direkt nach rechts bauen da haben die Nachbarn so schlechte Rüstung da ich glaub das würdest du allein schaffen sogar so als Hangebert du brauchst auch noch Blöcke, ne? ich hab ein paar ich hab dir da da ein bisschen so ja ich hab jetzt auch genügend so dann zum Nachbarn ja wir sind schon drüben Jo wir sind schon drüben wat? oh man 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 muss ich springen? kann ich sterben? nö brauchst du nicht ok oh Zangmet ist so direkt rüber gesprungen alle tot der ist echt du hast alle drei getötet? ich sag ja das stand doch alleine die hatten echt richtig schlechte Rüstung ja ok die zwei einer hab ich jetzt runtergeboxt das weiß nicht auch nicht so schwer alter hier ist nur nix gelootet worden alter das ist ja praktisch ne also neja hier am Baum das wissen viele anscheinend gar nicht achso noch nicht und in der Mitte sind ja auch oben die Thronen da drauf wissen anscheinend auch viele nicht da hat irgendwas geknallt ja das war mein nein ich hab die Herschule mit äh Fahling weggeschmissen seh mir erstmal so ein Homo so warte ich baue uns hier einen sicheren Weg hier rüber jo oh oh wo kommt der denn hier ja der hat nur ein Eisenschwert den rasiere ich meiner so die ganze Grazone hat mich richtig erschreckt äh hier brauchst du noch ne Hose du hast da so ne Billighose an hier und so nen Billighut da Dankeschön so bin ich zu dir so wie bequemer ist das ja okay beim nächsten Team sind alle unten in der Habehülle ja da kann ich TNT reinsetzen ich hab Feuerzeug ja ich auch ich muss es nur nach oben setzen so 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 bau weiter bau weiter dann bret die echte die echte die echte ich lenke die ab ich lenke sie ab ja ich probiere einen runter einen habe ich ne einen habe ich nicht so oh ein rasiert bekommt ihr die ich muss mich heilen ich bin gerade weg gelaufen weil ich das tot bin nein sauber rasiert so jetzt auch nur drei Herzen huu das ist schon knapp so was hatten die denn hier alles also wenn du hier noch was brauchst Dombra bedien dich hier aus der Kiste hier unten drinnen ohja da packe ich gerade alles ein oh hier ist noch ne Ender Perle so wir brauchen eine Protection 2 äh Iron Chess Blade hier unten nö brauchen wir nicht so ich bin hier alter clever gelöst hier mach hier mal alles oh das war jetzt ziemlich knapp ja hörte ich mal eine Heilungstränge und ich glaube wäre ich down gewesen so alter was liegt denn alles hier ich will den Rotz gar nicht mitnehmen so ich wette mit dir die waren noch nicht beim Baum wette ich mit dir nö ich brauche mal die bitte glaube ich gleich rein nö wahnsinnig echt ja das übersehen echt so viele das ist echt richtig cool das ist abnormal so brauchst du ein Wasser einmal Dombra ich habe einen ok ja gäbe dir auch nur noch einer den sollten wir wirklich bekommen nein oh der ist da der ist boah nein ich muss ich muss ich bin tot ich bin tot ich habe nicht gesessen der ist tot nein alter gg 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 eiskalt 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 hier nach oben wir sind raus bis 세� Bis dann, tschüss. Ciao. Ciao.